Startposition. Schlägerkopf nach oben, Füße zeigen zum Netz. Split-Step. Springe hoch, kurz bevor der Gegner schlägt. Landung auf den Fußbein im Moment des gegnerischen Schlages, Füße schulterbreit auseinander und die Knie leicht gebeugt. Schritt mit dem rechten Fuß nach hinten rechts und mit dem linken Fuß nach vorne in Richtung Ball. Treffpunkt. Vorhand aus geschlossener Fußstellung. Linker Fuß vorne, rechter Fuß hinter dem linken. Endposition. Das Gewicht ist auf dem vorderen Fuß. Schritt nach vorne mit links, Oberkörper dreht nach hinten. Füße hintereinander. Trainingsaufgabe. Spiele abwechselnd Cross- und Longline. Triffst du hintereinander Cross- und Longline das Feld, gib das einen Punkt und Ziel sind fünf Punkte. Dann geht's weiter.